Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren GeoGebra Tutorial. Ich bin Gabriel und ich erkläre euch heute, wie ihr Binomialwahrscheinlichkeiten in GeoGebra ausrechnen könnt. Dafür müsst ihr den Wahrscheinlichkeitsrechner öffnen und hier unten links einstellen auf Binomial. Gut, dann sind wir jetzt schon hier. Sagen wir zum Beispiel als Probebeispiel, ihr habt 30 Würfel-Durchgänge. Dann schreiben wir hier, okay. Okay, und die Wahrscheinlichkeit, wie oft unsere Zahl, sagen wir jetzt mal die Zahl 6 bei diesem Würfel, wie oft die kommt, beträgt 1 Sechstel. Schreiben wir hin, drücken wir Enter. Okay, dann ist es hier schon mal angezeigt. Dann sehen wir hier zum Beispiel, die Wahrscheinlichkeit ist am höchsten, dass ungefähr 5 Mal bei 30 Würfen unsere Zahl kommt. Okay, aber jetzt seht ihr hier rechts auf der Tabelle oder auch hier auf dem Graphen schon, dass ab 15 zeigt GeoGebra 0 an. Es ist nicht, dass die Wahrscheinlichkeit 0 ist, dass bei 30 Würfen 15 Mal unsere ausgedachte Zahl kommt. Nur die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass sie in GeoGebra nicht mehr angezeigt wird. Und bei den Anzahlen hier unten bei n, wenn es eine zu hohe Zahl ist, dann schmiert euch GeoGebra auch ab. Okay, und das Wichtige hier unten ist noch, die Wahrscheinlichkeit hier unten könnt ihr eingeben. Zum Beispiel, wenn ihr wissen wollt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel unsere Zahl jetzt zwischen 10 und 20 Würfen, die Wahrscheinlichkeit, wie oft da unsere ausgedachte Zahl, wie zum Beispiel die Nummer 6 kommt. Das wäre jetzt in diesem Fall 0,0197%ige Chance, dass zwischen 10 Würfen und 20 Würfen unsere Zahl kommt. Gut, das sind jetzt gerade nicht 0,0197%, aber das ist jetzt so als Dezimal zu eingeben. Das sind dann 1%ige Chance ungefähr, fast 2%ige. Das war eigentlich schon alles für den Anfang im Wahrscheinlichkeitsrechner. Wie ihr seht, er ist nicht besonders schwer. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Adios. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen.